Bau-Update zum Freisingring 2.0 in diesem Video. Servus, willkommen und hallo aus dem wunderschönen Westdeinburg. Ich bin René, herzlich willkommen bei Slot-Racing-Volzberg. Heute bin ich wieder beim Dorsten zu Gast. Wer da hinten? Und zwar, es geht weiter endlich bei seinem Freisingring 2.0 über 40 Meter, 40,02, 4.0, 40 Meter Carrera Digital 124er Strecke entsteht wieder neu in einem größeren Raum im obersten Stock seines Privathauses. Und da bin ich heute dabei, ein bisschen zum Unterstützen. Da nehme ich euch natürlich gerne mit auf die Reise. Hier haben wir auch jetzt, natürlich hat er hier schon den neuen RSR in 911er, Porsche. Neu bekommen wir natürlich von Fahren, sind wir da hier noch weit weg. Schauen wir mal, wann der dann in Einsatz kommt. Werden wir sehen, werden wir sehen. Der ist hier die Sammlung. Ja, da gibt es noch ein paar extra zum Hinstellen, zum Auspacken, zum Fahren. Wie es hier, muss sein. Ja, nein. Schauen wir uns das einmal an, wie wir das jetzt heute machen, was wir heute schaffen. Ich bin schon sehr gespannt. Es geht mehr um die Unterkonstruktion. Ich sehe es jetzt im Hintergrund. Da liegt ein Teil der Grundplatte, das ist nicht einmal die Hälfte von der Grundplatte, muss man auch sagen. Das sind vielleicht zwei Fünftel, wenn ich das jetzt richtig so einschätze. Ungefähr zwei Fünftel von fünf Fünftel, also vom Ganzen. Und das wird schon eine schöne Aufgabe, das Ganze hier einmal eine Grundplatte zu erstellen. Und dazu braucht er meine Unterstützung. Wenn euch Videos dieser Art gefallen, lasst doch ein kostenloses Abo, da würde mich sehr freuen und mir natürlich und dem Kanal sehr helfen. Danke an der Stelle. Dann würde ich mal sagen, Thorsten, legen wir los. Legen wir los. Tja, und Thorsten, was machen wir jetzt genau? Ganz genau bauen wir jetzt ein bisschen was von der Unterkonstruktion, schauen wie weit wir kommen. Die Grundplatten ist schon einmal ein Stück da, das habe ich schon vorbereiten können allein. Panik und ein bisschen was vom Aufbau, wo wir halt in verschiedenen Höhen dann fahren mit der Strecken. Da brauche ich ein bisschen deine Hilfe, weil ein paar große Platten dabei sind und auf der einen Seite halten und auf der anderen Seite schrafen geht ein bisschen schwer. Das muss doch gehen. Nein, da nehme ich gerne deine Hilfe an. Dann schauen wir mal, dann schauen wir mal. Ich habe gehört, du hast das auch schon mal gemacht. Ja, so ein-, zweimal. Jedenfalls, was für eine Seite oder wie auch immer, wo legen wir jetzt direkt los, also damit sich die Leute da draußen auch auskennen, was wir überhaupt bloß machen, was wir machen. Also das Eck da herum, da ist die Viererkehre drinnen, da ist hinten, sind zwei Ebenen zum Bauen, wo wir dann von der hohen Ebene von den sogenannten Berggeraden runterkommen in eine Viererkurve, die Viererkurve nachher in die Stadt Zulg reinfährt. Und bei Seiten da, also diese Seite, das Ende da und die lange sieben Meter gerade aufhört, da werden wir schauen, wie weit wir heute kommen mit den paar Platten und was wir noch haben. Na dann gehen wir Gas. Dann würde ich nochmal sagen, legen wir los. Legen wir los. Und da geht es schon los. Erstens mal müssen wir die Platte in die richtige Position bringen, damit wir ein bisschen Platz haben zum Arbeiten. Ganz, ganz wichtig, ja, Spaß muss auch sein, ganz klar. Aber es ist so, wir haben hier jetzt die rechte Seite, also den rechten Bauabschnitt und da geht es jetzt darum, im Prinzip, bevor man das Ganze komplett an die Stellen setzt, wo sie hingehören, also sprich hier im Eck an der Wand setzt hier, da muss die Unterkonstruktion für die Bergebene entstehen. Dazu haben wir im 90 Grad Winkel hinten 19 Millimeter Platten aufgebaut, fixiert und hier diese Platte mit dieser kreisförmigen Ausbuchtung. Und das ist dann die Viererkurve, die Zielkurve, sozusagen die lange Kurve, die geht dann von der Berggeraden bis auf die 1er Ebene, auf die Startzielberg ab. Ihr seht hier, ich bin, ja, ich stehe oft auch natürlich an der Seite, gebe meinen fachmännischen Senf dazu. Ganz klar, der Thorsten hat natürlich für seine Bahn ganz seine eigenen Visionen, ganz klar, da muss ich dann mitziehen, auch klar. Jetzt geht es schon auf die nächste Spanpressplatte, die wird jetzt fixiert mit Nut und Feder, das funktioniert sehr gut, hat auch eine gute Stabilität, ist auch notwendig, weil der Thorsten will im Nachhinein auf die Bahn draufsteigen, um das Ganze auch von oben zu fixieren können. Also es muss trittfest sein, dass er auch auf die Platte kann. Hier gibt es dann keine Service-Luken, so wie es bei mir am Zigallring gibt, deswegen eben diese Variante, dass das Ganze sehr stabil sein muss. Und natürlich sehr viel Gewicht natürlich auch im Gesamten mit sich bringt, ganz klar. Hier werden die Schragerl, also die Holzböcke versetzt, die müssen immer wieder nachgerückt werden. Ihr seht hier auch den Spalt zwischen den zwei senkrecht stehenden Platten im Hintergrund, da sind dann Kabelschächte für die Monitore im Hintergrund. Dazu wird es drei Monitore geben. Und jetzt sind wir schon, ja, im Prinzip die erste Auffahrt, die Rampe für die Auffahrt zur Berggerade. Das wird dann auch von hinten fixiert, das macht das Ganze sehr, sehr stabil, zum einen, und man kann optisch das Ganze sehr schön verkleiden. Also auch das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass die Bahn natürlich auch danach auch gut ausschaut, dass man nicht irgendwo das Holz dann noch sieht, ja, die Unterkonstruktion. Das muss alles verkleidet werden, ganz klar. Und dann wurde aber auch schon die Zeit für diesen Abend knapp. Das war einmal für heute genug des Guten, ja. Wir sind ein bisschen vorangekommen, ein bisschen weniger, als wir gedacht haben, aber immerhin, es ist halt die Unterkonstruktion Holzschneidearbeiten. Das ist das grobe, schwere, wenn man so möchte, das sieht man nicht viel, ja, das ist halt das, was, ja, wenn da mal die Platte da ist und man kann anfangen, wirklich die Unterkonstruktion komplett fertig fein machen für die Schienen und so weiter, Einspeisung und alles, pipapo, dann beginnt natürlich der richtige Spaß, ist ganz klar. Ja, ist richtig. Also heute haben wir hier einmal, wenn ihr da schaut, zumindest einmal, sagen wir mal, da sind jetzt zwei Drittel der Bahnfläche knapp, ja. Und, ja, nicht ganz, nicht ganz, ja. Und ihr seht hier im Hintergrund, das brauchen wir da nicht. Das ist dann im Prinzip schon die kleine Rampe hier, das ist die Auffahrt zur eigentlichen Bergpassage, ja. Also da sind wir dann schon, ja, gut zehn Zentimeter höher, das ist die Ebene 1, wenn man so möchte. Die Grundplatte hier, was ihr seht, das ist die Null-Ebene, die Tal-Ebene, wenn man es genau nimmt, ja. Das macht den Aufbau sehr, sehr einfach von diesem Layout, was der Thorsten und ich da uns vorgestellt haben. Deswegen haben wir das auch so gemacht. Auch das war interessanterweise beim unteren kleinen Freisring auch die Basis, ja. Das war auch sehr gleich. Richtig. Genau. Und was wir hier jetzt natürlich machen, ihr seht ihr hier vielleicht diesen 5,8er Pfosten, den Vierkanter. Darauf, so wie es der Thorsten jetzt euch zeigt, das wird die Zielgerade, ja. Das Ganze wird dann doch noch etwas tiefer, also da sind wir schon bei 2,40 Meter, glaube ich. 2,40 Meter Bahntiefe, das hat schon ein gewisses Level, ja. Und die gesamte Gerade wird hier die komplette Seite entlang, ja, die Zielgerade bis fast zum Fenster auf dieser Seite, das ihr jetzt hier nicht zählen könnt, weitergezogen und adaptiert. Das kommt aber in einem späten Video. Aber darf man sich nicht täuschen lassen, der Durchgang ist natürlich viel größer, weil da drüben noch was dann nicht an die Wand kommt. Ja, genau. Also da hinterhalb ist noch Luft, man muss jetzt ja bauen, Arbeit, Platz zum Kabel verlegen, bauen, schrauben, wie auch immer. Das heißt, die ganze Platte, was ihr seht, rückt noch eine schöne Ecke an die Wand und dann wird das schon sehr, sehr interessant werden. Ja, ist richtig. Und was wir halt da blöd haben, wir sind da im ersten Stock und gehen immer runter bis in die Garage, also Kellerhöhe mit den Holzbreiteln runter, unten schneien, aufertragen, runtertragen. Naja, das ist ja vielleicht nicht blöd, oder? Ich tue anzeichnen und er tue tragen. Ja, nein, also ein bisschen was haben wir geschafft. Wenn ihr Fragen dazu habt, wie wir was machen, warum, weshalb, wieso, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wir würden uns darüber freuen und natürlich auch Feedback zurückgeben. Jedes Feedback auch Kritik. Auch bitte, wenn ihr sagt, warum macht ihr das, das ist doch Blödsinn, bitte schreibt es uns, vielleicht habt ihr bessere Ideen. Ja, absolut. Ja, was machen wir jetzt? Pause. Pause, ja. Also wie gesagt, auf ein nächstes Mal am Freiselling 2.0. Ich freue mich schon, das nächste Mal wieder da sein zu dürfen, ein bisschen zu unterstützen, ein bisschen zu schauen, was weitergegangen ist bis dahin. Ich sage danke, Thorsten, fürs Reinschauen. Ja, bitte gern und ich hoffe, du hilfst mir gleich wieder mal, dass ich weiterkomme. Sicher. Irgendwann machen wir es schon. Also falls noch irgendwer zuschaut aus Norddeutschland, so Bremerhaven, ganz weit oben Richtung Dänemark vielleicht, kommt es einfach aber nach Österreich ein bisschen helfen. Ja, warum nicht? Auf so eine Stunde. Ja, genau. So zwölf Stunden fahren, eine Stunde helfen. Warum nicht? Nein. Tut es aber früh genug wegfahren, dass wir da am Tag ein bisschen arbeiten können. Klar, ja, Thorsten, eh, ja, wie er halt ist. Nein, Leute, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wie gesagt, man sieht jetzt noch nichts Schönes hier, aber ich hoffe, die Vision lebt, ja. Und ihr seid wieder dabei, wenn es das nächste Mal hier weitergeht am Freising. Ich sage danke fürs Zuschauen, danke, Thorsten. Ja, danke fürs Helfen. Ich sage danke und das passt schon so. Du wirst mir auch wieder helfen müssen irgendwo, willst du schon was finden? Ich weiß nicht, Haus streichen, irgendwas. Katzen futtern. Katzen futtern, Fisch füttern. Genau, im Urlaub. Und krasig, ey. Nein, danke, Thorsten. Ich sage mal, danke, Leute, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer. Tschüss. Baba. Baba.